So, mal gucken, wo es hier... Mann, den habe ich echt ideal platziert hier. So. Die wissen ja, dass man hier lang gehen kann. Und jetzt müsste man das hier irgendwie rüber bauen. So. Wenn die nicht zu doof sind, dann finden die den Weg. So, und dann können die hier hoch gehen. Richtig? Richtig. Zum Häuschen. So, ich wollte mal gucken, ob da irgendjemand drin war. Und wo ist hier eigentlich die Tür? Hä? Ist hier auf der anderen Seite? Tatsache. Oh, super. Jetzt wollen wir nur eine neue Tür machen. Reiß jetzt hier einfach was ein. Hi, Villager. Ich rette dich. Lass mich doch mal kurz vorbei. So, lass mich mal die Tür... So, dann machen wir hier zu. Gut. Gute Idee. Ah, jetzt ist die Zeit schon wieder zu Ende. Ihr wollt mich verarschen. Ich habe doch nichts geschafft hier. So. Jetzt haben die Villager schon ein paar Häuschen. Hey. Was? Was? Smaragde. Ich brauche keinen Smaragd. So. Äh, hier. Der kommt auch nicht raus. So, dann machen wir einfach mal so. Hallo. Na du? Ja, jetzt sind sie alle glücklich und zufrieden. Dann können sie hier... Dann können sie hier... Oh. Äh, da ist schon wieder ein anderes Haus. Ja, lass mich doch mal da hin, Mensch. Gott, hoffentlich ertrinken die nicht. Ja, du musst mich gar nicht angucken. So, dann bauen wir uns hier gleich mal... Oh Gott. Einen Weg nach... Oben. Folgt ihr mir? Was handelst du denn? Nitor. Was ist das denn? Warte mal. Irgendjemand hatte doch hier... Äh... Du brauchst mich nicht so angucken. Na komm hoch. Na komm, ich rette dich. Bist du blöd, ne? Na ja, ist egal. Was ist... Genau. Der hatte was gehandelt hier. Dann nehmen wir mal... Nehmen wir mal ein Smaragd. Dann kriegen wir mal dieses komische Nitor. Was das da war? So, ein Smaragd. Und jetzt müssen wir wieder hier rüber gehen. Und dann kriegen wir von diesem Typen hier diesen... Nitor. Was auch immer das ist. Müsste ich mal nachgucken. Dann benutzen wir das mal. So, ihr müsst hier lang. Folgt mir. So. Äh, wo ist denn hier der Eingang? Ach nein. Aua. Das tat weh. Das tat weh. Das tat weh. Was ist denn hier ein Eingang? Eingebaut? Äh, ja. Armer Villager. Ich befreie dich. Ich muss hier nur wie alle Villager befreien hier. Mann, ist das echt sehr gut gebaut worden. Muss ich ja nur so sagen, ne? Befreiung der Villager hier. Oh Gott. Ah, ihr habt ein Dorf, ey. Das geht gar nicht. Guck mal, die ganzen Häuser sind noch im... Sind noch im Wasser. Hallo Villager. Na, ihr... Macht ihr alle nur Smaragde gegen, äh, Dings und so? Und hier kann man bestimmt auch noch irgendwie, äh, in ein Haus gehen. Oh, hier sind Bücher. Boah, ist ja Hammer hier. Ist denn... Wo ist denn... Hä? Wo ist denn von dem Haus hier die Tür? Ähm... Was ist das denn? Was ist denn das für ein Stein? Ah, okay. Hallo? Oh, hier in den Türen ist meistens was drin, ne? Ah, der Kiste, der Kiste, der Kiste. Ich weiß gar nicht, haben wir die schon mal gesehen? Knowledge Fragment. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehm's mal mit. Aber dieses Taumium ist ganz gut. So, ich würde jetzt mal sagen, danke fürs Zuschauen. Weil... Äh, ach Quatsch. Da. So. Und dann müssen wir hier mal den Eingang freimachen. Irgendwie. So. Dann gucken wir mal hier, was... Hier ist nichts drin, ne? Aber wir haben hier... Au. Au. Autsch. Was denn jetzt? Ich wurde vergiftet. Von was denn? Au. Au, 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 au. Stopp. Hör auf. Autsch, au, au, au. Stopp. Hör auf damit. Ey, ich sterb doch hier etwa nicht, oder? Au. Es tut weh. Ich kann an nichts sterben hier, oder? Hör auf. Ah. Gut, 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 gut. Au. Meine Fresse, ey. So, jetzt mal kurz gucken, wo ich hier... Hier war ich schon überall drinne. Dann müsste ich jetzt hier hoch. Jetzt müsste ich hier wieder runter. Und irgendwo muss die Schmiede sein. Die will ich noch finden. Äh, hier waren glaube ich schon drinne. Da müsste man mal gucken. Und in dieses Häuschen hier vorne kommt man auch nicht rein, aus irgendeinem Grund. Die Villager hauen schon wieder ab, weil denen das zu gefährlich ist. So. So, dann machen wir hier mal ein bisschen so... Können die auch rein und raus gehen. Hi, äh, was handelt ihr denn so? Meine Güte, lasst mich doch mal gucken. Und außerdem, solltet ihr hier auch Fackeln aufhängen, dann ist das ein bisschen sicherer. Ist das nicht eine gute Idee? So. Gute Idee. Ich weiß. So, dann haben wir hier ein Häuschen mit Villager. Und noch ein Villager. Und... Äh, zwei Fackeln brauchen wir nicht. Oh, was haben die denn hier? Was ist das denn? Nehmen wir mal mit. Und dieser komische Tisch hier, den nehme ich auch mal mit. Ähm. Ich bin voll... Ich brauche keinen Flint. Wer braucht schon einen Flint? Keine Ahnung. Die Bücher könnte man auch mal mitnehmen. Und diese komischen... Was auch immer das ist. Ich schmeiß dafür mal... Äh, was schmeißt man denn dafür weg? Ähm. Die Seeds brauche ich nicht. Was habe ich denn da jetzt aufgehoben? Müsste mal gucken. Ein Writing Desk. Also ein Schreibtisch. Okay. Äh. So. Mal gucken. Hier vorne ist noch ein Haus. Äh. Da kommen sie wieder mal nicht hin. Zombie. 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 Da ist meine Villager in Ruhe. So. Die sind ganz in Panik, die armen Villager. Ähm. Wie komme ich denn da jetzt so hin? Ich gehe mal hier so um die Ecke. Okay. Okay. Aus irgendeinem Grund sind die da wieder eingeschlossen. So. Dann... Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Ihr braucht keine Panik haben. Was handelt ihr denn so? Äh. Äh. Ne gebraten. Hey. Bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen. Okay. Die machen mich fertig. Okay. Du handelst nur scheiße. So. Und ich habe keine Schmiede gefunden. Die ist wahrscheinlich irgendwo vergraben. Ich weiß gar nicht, ob ich hier vorne schon war. Hey. Ja, da war ich schon. Hier habe ich die Villager schon gerettet. So. Dann würde ich mal sagen, das war es für die Folge. Danke fürs Zuschauen. Und wir werden nächstes Mal... Keine Ahnung, was wir da machen. Aber ich mache mich jetzt erstmal auf den Rückwisch. So. Und dann können wir hier vielleicht noch eine Fackel aufhängen. Ist hier hinten vielleicht noch ein Haus? Zombie irgendwo? Zombie? Nö. Äh. Da ist es nur nichts Vernünftiges. Okay, okay, okay. Äh. Hey. Hey. Ach man. Ich will jetzt nicht immer diese blöden Villager... Wie auch immer, ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Und wir sehen uns. Ich bin Böden. Vielen Dank.